Mein Name ist Gregor und hier ist neben mir Harald Moment! Der Klingel habe ich! Zeig, zeig den Leuten! Für 1 Euro bei Volvolt Kann ich nur empfehlen? Ich habe halt nicht so viel Geld, um mir so eine Bonze zu finden Ja, der kann sich nicht so eine sexy Klingel leisten, wie der Gregor hat Oh, die sieht ja geil aus zu filmen, komm filmen sie Die Leute wollen sie in Filmen Harry reagiert Kann ich mal sagen Harry reagiert wieder auf Ja, auf jeden Fall, ja normalerweise ich achte auf das schöne Wetter Hmm, Zweikern Ja, aber erstens liebe Leute Ja, er hat wieder eine halbe Stunde gebraucht, bis er aus seinem Bunkeloh rauskommt Ja, du sagst du gehst mit Mac raus, ja? Kann ich dafür, dass du dem Mac nur eine Minute klingeln willst? Oh, Alter, komm da ab Eine Minute, er übertreibt wieder dermaßen Na ja Danke Harald wieder unterwegs im ersten Gang Ich habe auch so einen Camp Jeder normale Fahrrad ist so chillig, ne? Beim Harald ist er Und euch, wollt ihr mal sehen, wie den Gregor jetzt schaut, wenn ich meine kleine Spycam rausfelle Ja, ja, guck mal Jetzt kommt seine Spycam Boah, die Luftcam, habt ihr sie gesehen? Alter, episch Die Luftcam Oh, meine Nase läuft Meine auch Episch Jedenfalls hört man ihn nicht, weil er zu weit weg ist Ja, der Druck hat Fahr mal ohne Hände, Harry Nee, kann ich nicht Komm, mach mal Ich bin ich lehnt müde Mach mal Fahr mal ohne Hände Ohne Hände Kleine Wichser Komm, los Mach mal ohne Hände Eben Leute, dein Alter Komm, ohne Hände und ohne Füße Ja, genau, Notfalls fahr ich dann den Ohne Hände Was? Notfalls fahr ich dann nicht Kleine Wichser Ja, schlau Knuch Komm, ich lenke für dich Nee, 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 niemals Komm Niemals, mein Fahrrad ist viel zu schwer Ich lenke Kann ich mal nebenan Oh, Gregor, das geht nicht Hahaha Viel schwer Links, komm mal lang So, wenn wir jetzt links fahren Wo wir letzte Vorherrunde gelegt Haben wir Wollen wir nachher fahren? Jedenfalls Harald kann nicht ohne Hände fahren Jedenfalls, der Gregor antwortet nicht Nein Warum nicht? Weil ich nicht weiß, wo wir da herkommen Ja, du sag mal bitte Ja, okay, Harald fällt vor Ja Lass einfach mal spontan Okay Weißt du was für ein geiler Blick ist da mit der Sonne hinter drin? Mach mal was geiles Mach was was geiles So Wow, das war mal episch, Alter Das war was geiles Jetzt fahren wir die Superstrecke, die wir noch nie gefahren sind Boah, wir sind die schon mal hergefahren, aber lang her Boah, ich hab doch noch gekauft in die Sonne Ich hab heute extra Labello gekauft Labello hat er gekauft 1,50 1,50 Oh, heute hast du schon mal ein Jockbook gewonnen Er hat sich ne Klingel gekauft Für 1 Euro Wieder Die Klingel Und Ein Mars Bond Uh 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 Harald Alter Was machst du nur? Ja Und hier runter Ich weiß was wir Wir sind mal da hergefahren Aber nur immer Ich weiß was wir machen können Ich fahr mal geradeaus Ja Ich fahr mal geradeaus Boah, meine Nase läuft, Alter Ich muss was rausziehen Guck mal wie Harald abgeht, Alter Der geht ja voll Ach der Getschete Ebenfalls Da sind wir jetzt on the road Das war nicht die beste Strecke, die der Harald hier gerade ausgesucht hat Mit ziemlich vielen Steinen Und Jedenfalls ist Fakts ab, aber da ist Harald unterwegs Geile Strecke gewählt hat er, echt Geile Strecke Ja, wir sind jetzt schon vorbei Ja Und wann wir kommen jetzt hin Nach oben, Alter Ja Wie kommen wir nach oben? Ja, mit Trampeln Mit Trampeln Ja, aber du hast ja Hörst du deinen Bock auf die Brasse? Ja, ist das die Brasse von eben? Was für eine Trasse, Junge Ist das die Trasse? Ja Ja, komm lass uns wieder drauf Und was für eine Trasse? Hier oben Nein, wir fahren jetzt geradeaus Ich will nicht nur einfach mich auf die Wiese sitzen Ja, wir sind noch nicht auf die Wiese Ja geil Siehst du, sitzt du schon auf die Wiese oder was? Nein, ich will einfach Schön die Socken Das sind seine Eier Ihr müsst wissen Weil ich hier die Campeier hat Mit der Box Seine Eier sind so klein wie die Guck mal wie er aus der Atem ist Seine Eier sind so klein wie die Spike Camp Das sind so kleinen Bär Ja, die kommt in den Mund rein Die kleine Spike Camp Voll geil In einem Hub ist sie Ist sie im Mond Ist sie im Mond Ist sie im Mond Im Mond Boah, hier eine Wohnung steigt hier Da musst du eigentlich nicht machen Ich muss eigentlich quasi Ja Jedenfalls Hat er einen kleinen Berg Du kriegst ja das nach, oder? Ja, ja Du kriegst ja das nach, Alter Und wir fahren jetzt hier quasi hoch Mal schauen Wie er gleich außer Atem ist Wenn er diesen kleinen Berg quasi hoch fährt Willkommen Audi Der muss aber Platz machen Und jetzt sind wir hier 30 kmh Pro Stunde Hallo Hallo zu Gott Da hinten her Das ist der Beste Of der Best Wo, wo, wo Nein Wenn ich fast Schau Ich glaub ich komm hier durch, oder? So Ich mach euch mal kurz auf die Glocke Und so Dann wären wir am Radl Vorher Was? Boah, schiebt der Ja Bei deiner Mutter zu Hause Ja, komm rein mit dir Rein mit dir Hau da oben, guck mich Lass sie doch gucken Ich würde gleich wieder sparen Das ganze Fahrrad einfach, ne? Ah ja, fand ich sie denn Ob sie denn herkriegen Ja Jedenfalls Jetzt wird die Glocke Jetzt wird die Glocke Ja, aber das ist ok Gehen wir weg Hast du die Glocke? Was ist das? Hallo Nein, nein Gehen wir weg Glocke 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 Ja, komm rein Ja, komm rein Ja, komm rein Warum gibst du Schnauf? Ja, komm rein Ich meine, gibst du Schnauf Ja, geh rein Ich mach nichts, komm geh rein Nein, ob du Schnauf gibst Nein Warum bist du auf dem Atmen? Ja, lol Warte, komm geh rein Obo Ja, los Verwicht dich Ja, warum? So rum, Albis ich hätte nur ein, ich schieb da nur ein, dass du weiter gegen hast siehst du jetzt gleich dagegen es gibt jetzt doch nichts bist du nicht so schnell, Alter warte, warte, ich will so machen au! hast du das nicht umzudrehen? warum nicht? keine Ahnung ja boah, ich will nicht rückwärts ich hab nichts gemacht, Alter ich will nicht rückwärts ich will nicht rückwärts natürlich nur, in general, nur, du reichst echt, echt nur? echt nur? Ja, du musst auch nach vorne treten, Alter. Ja, ach, was sagst du da? Ja, Mann, Alter, dann erzähl mal nach vorne. Ja, ja, bitte. Ja, bitte, los, bitte. Ich mach schon, hallo. Ich mach doch gar nicht, ich helf dir doch nur. Nee, nee, sonst, ich mach doch gar nicht, ich helf dir doch nur, ne? Komm, wir gehen beide wieder. Ja, boah, da, weil du schlitzst, komm, ich sag. Aber, bitte, lang kann man, komm. Ja, ich mach langsam, guck mal. Ja, aber, nee, ich geh los, du. Komm mit, dann. Komm mit, dann kann ich, dann kann ich, dann kann ich, dann kann ich, dann kannst du nicht mehr stürmen können, weißt du. Das ist klar, Alter. Ja, mach, aber mir wird's schön, nicht, wenn ich mal da reingucke, Alter. Und dass ich, oder ich, aber, Alter. Was ist das denn? Ja, komm, wir machen so, komm, wir machen so, hallo, so. Ja, stell dich hin, aber. Jo, ne? Ja, hör dir doch mal. Ach, du meinst denn aus? Aber auch wenn sich das Teil nicht bewegt, ne? Trau dich, du hast deinen Helm an! Ganz ehrlich, Gringo, auch wenn sich das Teil nicht dreht und du da reinkommst... Wir sind schwindelig. Dir nicht? Du bist ja extra, das ist die Sau, ey. Komm, los, rein mit dir. Ja, hab ich schon gesehen. Los, rein mit dir. Wir machen das zusammen jetzt für dich, Freunde. Ich muss da woanders hin, guck! Guck, woanders hin, dann wird die nicht schwindelig. Wieso wird die nicht schwindelig? Er meint, es wird eine schwindelig. Das war mir fast ein Spannendes, einfach so sitzen. Boah! Du setzt dich rein. Jetzt gibst dich! Ja, komm. Komm mit rein! Komm mit rein! Ja, das ist ein bisschen nicht zu schwer. Ja, aber steck doch nicht mal raus! Versuchen wir uns schnell, wie du kannst. Einmal Musch. Mach einmal Musch, schneller aus. Komm mit rein! Du willst du ziemlich schneller siehst. Moment. Ich leide, ich filme. Ich filme. Was filmst du? Komm mit rein! Ja, okay. Mann, was ist das? Komm mit rein! Komm mit rein! Komm mit rein! Ja, das film ich. Das filmst du schon den ganzen Tag? Ja, ich film von hier. Da komm ich rein, warum nicht? Ja, ich will kein Foto machen. Ich fange rein! Ey! Video läuft! Die Musiker machen! Ja! Ich fange rein! Ich fange rein! Ich fange rein! Ja! Ich fange rein! Mach mal auf den Kopf! Weißt du? Ja, wirklich, ich fange rein! Ich fange rein! Ich fange rein! So, ich muss dir helfen! Das krebe ich nicht hin! Doch! Also, halt! Versuch! Noch einmal! Einmal beide Hände auf dem Boden! 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 Ja, komm! Ja, mach! Oh, die Spaß! Ja, die Spaß! Ja, sag's doch, wenn ich aufrufe! Komm, wenn er langsam machen soll! Dann mach ich langsamer! Genau! Und dann langsamer auf dem Boden! Okay, langsamer! Okay! Schneller oder langsamer? Hey! Wir machen das so! Wenn ich schneller drehe, dann kommst du gar nicht mit dem Kopf auf dem Boden! Weißt du, dann bist du schon wieder in der Luft! Wenn wir das schneller drehen! Tue ich gar nicht! Ja! 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 Ich fühl mir die nicht in den linken! Also, da ist man bereit! Bist du bereit? Bereit? Ich bin immer bereit! Okay! Und ich mach das ganz schnell! Ganz schnell! Warte! Halt bei euch! Die Füße gehen, ey! Dann musst du die Füße drücken! Ah, hier drauf drücken! Du sagst das wieder! Komm, wir fahren weiter! Nein! 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 Komm! Wir können nach oben noch die Karusselle machen! Ist das richtig? Geil! Geil! Also, wir gehen jetzt hoch auf ein Karusselle! Ich bin unterwegs mit Harald! Ich meine, Harald! Da dreht ihr das mit dem Schuh! Anni�skur, war man! Und? Anni�skur, war man! Anni�skur, war man! Hey, hey, überzeugt die Rollen nicht, ich komm mit deiner Scheiße, steh hinter uns raus, ich leg uns aufs Maul. Spinner! Willst du es verpackt? Ja? Er will nicht, genau. Liebe Leute, Grego kennt sowas? Bede Wichser! Boah, guck mal, der Sonnenuntergang. Wie geil war das? Hast du das gesehen? Ja. Kannst du zum Hobby fahren? Ich bin hier nicht der Kette. Kannst du zum Hobby fahren? Wieso? Ich bin hier nicht der Kette. 50 Euro. Ja. Guck mal, hier war mein Vorderermütlicher raus. Hast du nicht. Schalt doch mal hoch, Alter. Ja, was ist das? Wenn ich das sehe, Alter, krieg ich Kopfschmerzen. Wenn ich keinen 50 Euro hab, wie soll das denn gehen? Ich hab doch 100. Du hast nicht ausgegeben für diese Stifte und so Scheiße. Hä? Was hast du? Ich hab einen anderen Stift gekauft. Für Handy. Ich hab einen Stift gekauft, da kann sie dann mit Touch geben, weißt du? Für Handy. Weißt du. Wenn das nicht geht, dann schenken. Hier ist meine Schwester. 1 Euro kann man nicht sagen. Stimmt. In Rohe ist voll gut. Gibt's einmal in Schwarz drüber. In Schwarz. Und halt in Rot. Und Blau. Meiner ist ja im Handy. Ich hab jetzt noch zwei. It's the Rock! It's the Rock! It's the Rock! It's the Rock! The Rock is cooking. Was sagt der denn da? Muss man eingeben. Es ist so... 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 Rock is cooking. Ist da so ähnlich. Sag der wirklich. Kennst du nicht? Nein. Ich hab's nicht. Gänst du... Gänst du... Es ist so... 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 Ja, was denn? Wir sind so ein Auto. Wow! Mach mal Platz. Mach mal Platz. Mach mal Platz. Mach mal Platz. Lass das Auto vorbei. Lass das Auto vorbei. Lass das Auto vorbei. Ich soll ein Auto vorbei lassen. Er kann doch. Er ist genug Platz. Ich warte schon bei der Pizzeria, ja? Oh, Schuss. Super! Wo ist denn Harald? Er ist verschwunden. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Da kommt der angeguckt. Der gute Harald. Mit seiner... Gurke und innerlich. Oh, haben wir rot bekommen. Es ist rot. Ist mir egal. Für Fußgänger. Schau mit. Lass uns bitte reden. Wollen wir da hingehen? Stolz Vita. Warum nicht? Die lange Gurke, Alter. Warum nicht Stolz Vita? Warum nicht? Er freut sich über den Kunden. Komm jetzt. Warte, warum willst du steigen? Warum nicht? Weil ich die da mag. Wieso soll ich den anderen probieren, wenn ich die... Ich stelle mir vor der Sachsenbrot. Geil, lecker. Ich geh jetzt mal den Links da testen. Es ist rot. Guck mal, Schrauben. Da ist der Gregor. Gregor! Gregor! Guck mal, das ist Gregor 2. Ich dachte, der ist ein Bullen, Alter. Dann wird es aber einen Abriss bekommen, ne? Ja, ja. Jede Gregor. Ich filme den Gregor. Irgendwann habe ich auch seinen. Dann forchte ich den Autogast an deines Frisses. Ohne jetzt. Komm, holen Filme mal. Wir hatten das Schloss da geklaut. Ich glaube, das warst du, ne? Ja, ja. So. Ja. Das ist der Schloss. Danke, Jede. Ich glaube, es ist der Schloss, Alter. Ist das kalt? Ach. Was hast du gesagt? Das ist the one is cooking. Jetzt können wir gleich auf dem Fahrradweg. Nein. Ich will ein Rowdy sein. Hier gibt es ja so viele Fahrradwege zu legen. Wo? Ja, ne? Wo? Gar kein einziger. Und der Autofahrer brennt uns immer zur Seite. Ich will keine Außenseiter mehr sein. Wir sagen ja zum Schweigenschnecke. Und trotzdem müssen wir wieder auf dem Bürgersteig fahren. Ich will auf der Straße fahren. Hallo, komm. Ja, ich komm ja. Guck mal, fahr schnell. Fahr mal vorbei, trotzdem. Ey, der Christoph war schnell drin. Blödelbüchse! Das wär geil, oder? Vielleicht ist der Christoph drin. Yo, gib uns den Beat. Ne, gib mir den Beat. Kleiner Wichser! Oh, guck mal hier. Wie hieß das Ding nochmal? Wall-E. Ja, Rollercoaster. Was für Rollercoaster, Alter. Wall-E, Alter. Was? Kleiner Wichser! Wir haben Hellen gesehen. Was? Wir haben den Hellen gesehen. In der Helligkeit. Ja, Alter. Kräme. Guck mal. Harry Potter hat er. Alles muss raus. Ja, Harry Potter. Auf 40% alles. Also wenn er... Ja, Harry Potter deponiert. Das passt gar nicht so rein. Ja, guck mal, wenn die Lampe schon 80 kostet, Alter. Meint der wo? Wenn irgendwas klebt, hat er meine Schuhe, Alter. Welche Lampe kostet 80? Hier, was? Ja, das ist der scheiß Kaugummi. Ah! Nee, ne? Doch! Geil! Dein Monster Kaugummi, Alter. Das ganze Zeit mitgefahren, Alter. Egal, kannst du ehrlich, Rego? Was? 80 Euro würd ich dir niemals dafür ausgeben? Oder nochmal ehrlich? Nein. Schön mal einmal... Die Uhr! Wie gefällt dir die Uhr? Geht. Die Farbe ist hässlich. Die Uhr ist geil. Ne? Die! Ey, guck mal, film die mal, ich guck mal. Aber die schleppert auf jeden Fall. Okay. Weil ich hol mir die. Die? Guck die doch, Mann, sonst da nicht. Was haben die hier noch? Oh, die schwann, Alter. Keine Wixer! Was ist denn der Löwe, Alter? Rrrr! Finde Löwe, Mann. Dann kann ich dich später besser sehen. Fick die! Habe ich nicht, dass ich's alles holen würde? Ich hab's holen. Ich hab's holen. Oh, lass mich! Fing den Löwen! Na, lass mich! Ich werd's gut zu Ende kommen. What the fuck? Warum hab ich das so gemacht, Alter? Nee, der wär jetzt alles gebracht. Wieso hätt das alles gebracht? Wieso hätt das alles gebracht? Was ist das eckliche Zinke, Alter? Das... Warum willst du nicht sein? Ey, du Wixer, Alter. Du musst überall deine Augen haben, ne? Natürlich muss ich überall meine Augen haben, Alter. Guck mal, da packt ihr die Handys, Alter. Guck mal, da packt ihr die Handys, Alter. Guck mal, Wixer! Du hast ja schon viel im Bein. Boah! Ja, eh? Boah! 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 Hier PlayStation. Wie viel? 300, ne? Aber gar... Fassen Sie deine Jacke, kleiner Wixer. Es gibt ja kaum mehr dran. Aber Gräber, sag mal. Lass übertreten, ne? Ja, klar. Es ist zu teuer. Wie viel würdest du die kaufen? 200, oder? 200. Ja. Oder platzt bei dir. Sag mal. Ganz ehrlich, Gräber. Irgendwann hol ich mich nicht. Weiß und schwarz. Aber das ist so ein hästiges Weiß. Nein. Guck mal, hier ist matt und da ist glänzend. Ja, das ist bei der anderen auch so. Hässsich! Aber der schwarze ist auch da glänzend. Das sieht geil aus. Es sieht scheiße aus. Das sieht geil aus. Es sieht scheiße aus. Es sieht geil aus, du hast keinen Geschmack. Es sieht voll scheiße aus. Wie gesagt, für den einen Raum, wie weiß, für den einen Raum ist schwarze. Und die Xbox kostet wie viel? Da steht ein Preis auf die Xbox. Steht 129. Wie geht das? Ja. Okay. Alter, der hat Headset. Was ist Headset? Was ist Headset? Ja. Ja. Was ist das denn für eine Couture? Ja, ne? Das ist die Samsung. Und Samsung? Wie kannst du mit der anderen nehmen? Vita Schnäppchen, Alter. Guck mal nicht noch hinladen. 150. Eine Eile. Krasse, krasse Knochen. Na komm, fahr weiter, du Wichser. Könnt vielleicht rüber sogar schon. Hä? Könnt vielleicht rüber, wenn kein Auto kommt. Ja. Aber boah, Hilfe. Aber du brauch Hilfe. Warte. Ja, jetzt fahr grad. Aus von meinem Amt. Ey, nicht stoppen. Ja, Harry, Alter. Ey. Du fährst wie ein Besoffener, weißt du das? Ey, dir ist schon klar, dass du wie ein Besoffener fährst, ne? Du fährst einfach nur auf der falschen Spur, das ist dir klar, oder? Ja. Kleiner Wichser! Du fährst auf der falschen Spur, du Spaß daher. Ich bin Busfahrer. Kleiner Wichser! Und du fährst, du warst du ein Löser gegen denocere K Jaunss. Du fährst auf der falschen Spur. Und du fährst auf der falschen Spur. Und du fährst auf der falschen Spur. Du fährst auf dem稱бob Det ist wirklich ein Lessonist, das ist! Der Große bitte, ja? Ich will, nein. Du bist ein Arscher. Aber ich sag mal, oben Spielhalle rein. Ja, genau. Ich werde auch hungern lassen, aber wir sind's. Also ich kriege nur eine kleine Leute, liebe Leute. Das ist Nancy Best Friend hier. Okay, du kriegst eine große, wenn du reingehst. Du darfst auch da drunter essen. Wo reingeh? Oben. Die Spielhalle. Ja, du darfst auch essen. Hast mich Arthur auch mal gemacht. Die Frau ist nett. Ja, okay. Aber ich wollte draußen jetzt nur Video machen. Bitte. Nach einem Video können wir reingehen. Bitte, komm. Es wird nicht heller. Nein, das nicht, aber... Aber wir haben schon... Alter. Wir haben schon schon gebraucht, deswegen. Wir haben schon gebraucht, deswegen. Wir haben schon gebraucht, deswegen. Wir haben schon gebraucht. Okay, mach. Okay, mach. Hadi bestellt. Pizza. Pizza. Pizzaria. Nein, da könnt ihr das hier. Erkunde füllen zum Boden. Nein. So, ja, genau so. Seid ihr neidisch? Ihr seid neidisch. Sind sie neidisch? Bitte. Pizzaria. Eine große Margarita bitte. Zumindest in der Asphalt. Ohhhh. Ich schicke jetzt ganz kurz mein Typ. Eine große Margarita. Wir essen die aber draußen da. Ne? Ne? Doch, wir machen Video und dann... Ne, ne, dann nehm ich wieder das Pizza weg. Wir haben gerade gesagt... Also er presst mich damit... Er presst mich damit er in die Spielhalle gehen kann, oder? Ich schicke jetzt nicht hier. Was für Geschäft? Ganz geschütztes Glück. Wie früher in der Schule. Der ist doch gut, dann kannst du die Pizza essen, dann musst du nicht mit dem Auto weg. Ne, will ich aber... Anzug gleich anziehen. Haarrestyle. Haarrestyle? Anzug anziehen. Haarrestyle. Das ist ja ein richtiger Freestyler. Wenn wir dich um den Auto gehören. Ja. In den Restaurant Auto gehst du? Ja. Aber wie gesagt, ich will ja nicht viel in der Schule aufpassen. 10,50 Euro. Das war so. Schneckchen, ja? Einmal gab ich schon mal gucken, ob ich guck hab für 1,55 Euro. Und was sind wir denn Video? Was? Wir gucken... Also bist du ein Lecher nicht. Nein, ich bin kein Lecher. Klar. Gliedigz! Das kann ich jetzt sagen. Sie will schon mal. Mh, eine Pizza. Ist das nur... Harries, Hauptgetränk? Hauptgetränk? Haupt. Haupt. Raubt. Ja, aber kann sein, dass die Spielhalle voll ist und wenn die da selbst ein Geld bekommen oder... Ja. Das könnte sein Gliedigz! Aber vielleicht nicht. Ich tatsch direkt auf 1,55 Euro, ja. 1,50 Euro. 1,50 Euro. 1,50 Euro. 1,50 Euro. Ja, ich bin die ganze paar Mal auf 1 Euro. Und dann gucken wir da 5,50 Euro. Und wenn ihr dann Taxi-Bot abgibt, dann weg raus. Wir gucken mal. Da muss ich speziell ab da reinkriegen. Äh. 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 Ihr seid mir schon klar, das ist das coolste aus dem Video. Ja. Das ist die Tile. Ja. Ist schon klar, dass man es frei ist. Warum? Du wirst ja noch nicht. Ja, und warum hast du in der Hand so mehr? Ja, und. Ja, und. Ja, und. Ja. Ich habe einen Kämpfer. Ich schnippe. Ja. Ja. Ich gehe weiter in Ordnung. Ich gehe manchmal auch in eine. Ja. Ja. Und wie soll sich denn? Wieso denn? Ja. Ich gehe nicht. Ich leugne dich. Das kann es nicht leugnen. Ich leugne dich. Freue dich. Aber freue dich. Ja. Aber freue dich! Doch, voll. Nein, das ist voll. Du bist voll auf die falsche Spur. Was? Ich bin ja der. Wer? Richtig. M90. Willst du mir die Säule hier verpassen? Er will mich auf die Backe kissen, oder? Kann ich auch auf dein Bein kissen, ne? Ja. Gehst du auch gleich durch. Lass doch hier. Hehehe. Ob ich dusche nicht? Ich mag dieses Kreuzchen. Das ist geil. Das hat aber was, ne? Liebst das Auto? Nicht wirklich. Nein. Er hat sich überhaupt mal so schön gemacht. Haben wir Simon? Er hat gesagt, er hat sich schon mal auch mal gemacht. M8? Nein, gar nicht. Ne, äh... Die Uhr ist noch nicht gestellt. Genau, 8 Uhr. Die Uhr ist noch nicht gestellt. Schau, das war total mit. Ehrlich kenne ich nicht? Ist geil, ne? Die eine war geil. Im Laden da. Wo wir verbissen. Mit Diamant. Ja. Auf jeden Fall. Hatte ich doch früher auch mal... Wann sie noch? Ja. Ja. Hatte ich doch früher auch mal Dings. Schuhe, ne? Ja. Hat sie mal? Ja. 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 Ja, ne? Also, ganz ehrlich, ist das ja jetzt komisch, ne? Aber würdest du doch nach der Wachsinn einstellen, glaube ich, ja. 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 Aber, ja, wenn das jetzt... Ja, du wieso, wieso? Guck mal, zeig mal... Guck mal, du könntest es ja auch statt in die Spielhalle erregter, die Lichterkette kommen. Ja. Ich hab ja... Ich hab ja nicht mehr, oder? Vielleicht. Ja, guck mal, wenn du sagen würdest... Man siehst ja hier die Dinge, ne? Wenn die hier blau oder rückrechten würden, ne? Bei jeder Seite. Das wäre doch bomb, aber die Schuhe. Wie geil würde das denn aussehen? Wenn das hier leuchten würde... Sag mal, eigentlich... Aber irgendwo nicht... Also, wenn das blau oder... Und dann dunkel war's... Bomb! Aber auf, Alter! Ganz klares Nein. Dann hätte ich mir so viele Schuhe Air Max angeschafft. Und dann hätte ich die mir anfertigen lassen müssen. Genau! Und dann hätte ich schon keine Mühe mehr. Natürlich nicht. Ja, natürlich halt nicht. Ja, klar! Das ist doch... Das ist doch... Wieso sagst du nicht? Ja, ich kaufe ein paar Schuhe. Ich kaufe ein paar Schuhe. Ja, wenn du dir anfertigen lässt... Alter, die kosten die schon... Weiß ich wie viel? Ja. Ja, lol. Weil da bist du als Millionär direkt an. Ja, kann schon passieren. Was laberst du dazu? Das sind nur die Schuhe. Die sagen auch so 10.000 für die Schuhe, bitte. Oder was? 10.000. Nur weil da ein paar Lichter drin sind. Kann auch sein. Die kosten... Sag ich mal... Die kostet vielleicht... 200.000. Ne, die Punder 50. Vielleicht kostet vielleicht pro Fahr 500. Vielleicht. Kann alles sein, aber ich weiß... Die fertigen ja... 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 Moment kurz, aber was passieren, bitte? Süße... Soll ich mich was sagen, ich habe? Äh... So, ja, bitte. Soll ich mich was sagen... Ja... 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 Achso... Sorry... Ah... 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 Was denn? Ich mache jetzt erstmal kurz aus wegen Pizzan. Also haut rein. Auf mich fix! 54 00561 056